Ja, herzlich willkommen zurück zum South Park Let's Play Folge 9 von The Stick of Truth. Wieder ist Zeit vergangen, wo ich ehrlich nicht weiß, wo ich war. Und spiel einfach weiter. Ich glaube, wir müssen... Eventuell, was hat die nochmal da? Müsste ich nochmal Küken. Küken. Kompliziere, die müsst ihr in Baden, der den Stab genommen hat, und hole ihn zurück. Achso, Schriftkampfer und Terwen zum Kirchenesel, um den Sohn an Baden zu starten. Wo ist das bitte? Da bin ich doch gerade. Ja. Wo muss ich da hin? Ach, da muss ich hin. Jimmy, Jimmy's House. Na gut. Äh, wo ist der Timmy Express? Den kann ich ja später benutzen. Nugget. Da ist es. Der Inn of the Giggling Donkey. Hm. Hm. Paladin, are you sure the Bard is hiding out in there? That's what Twitter says. Carrier Raven, Butters. Sorry, that's what the Carrier Raven says. Craig and Token, guard the back door. Butters, Kenny, Sir Douchebag. Let's go inside. Schwindelwein, Sir Douchebag. The Inn of the Giggling Donkey harbors the Scum of all Zauron. A glass of Meadlewein, please. No Meadlewein today, only Fairy Ale. Schwindelwein. A kind of Fairy Ale, then. Tch. So, has anyone seen the Bard lately? A cup of Fairy Ale isn't much if not accompanied by some Bardic poems and songs. Sure, he's here, all right. He's got a room down in the cellar. Ah, and I shall pay handsomely for his services. Sir Douchebag? Tch. Butters, Douchebag, go down and flush him out. Princess Kenny and I will be waiting here to murder him. Remember, the Bard can use Sopo and check. Don't let him get to you. Die Problematik ordentlich. Ob die ist scheiß Synchronkacke, ne? Krieg zu viel. Naja, mal sehen. You think the Bard's really down here? Hmm. I think I hear him. What's that, then? Hahaha. Oh, Jesus! It's the Bard! Prepare for a battle, w-w-weaklings. Elf, fall in! We-we-we-weaklings. Nein, elfling! It's a trap! You should have never come here, humans. I am a level 10 Bard. And with my loot, I shall power up my Elven Guards with magical songs of Enchantments. With magical songs of Enchantment? With magical songs of Enchantment? Magical songs of Enchantment? With magical songs of Enchantment? Magical songs of Enchantment? Magical songs of Enchantment? prowad and открыtyest. Der Wentz war eine Maiden von Stoneberry Hollow Nein! She didn't talk much, but boy, did she swallow Ähm, 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 ähm Jep Mehr nicht? Ich bin mehr erwartet jetzt Nein Nein Hahaha Fuck Butters blutet Nein, ich blute auch I have a nice lance that she set up on The Maiden from Stoneberry who is also your mom Ah, man Nee, kann ich nicht Stop dicking around Oh, nehmt das mal jetzt Und bei den hier Hm, hm, hm Hahaha I'm gonna do my wall dance now Hahaha Hahaha Ah 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 Wow, what a butt kicking Hm Another victory for the good age Get down there and finish them up I will protect this stick of truth Hm Level 5 Level 5 Aufgestiegen Juhu Juhu Ja, reicht's ja gut Komm gleich Ähm, das war glaube ich So, jetzt Jetzt mehr als ein fortbeherrschte Be eh an, wo ein Fahrzeug rein Bevoller So Ah, so Hahahaha Die Aufwertung nehmen, Fähigkeiten, verfügbar, das müssen wir schalten, na kann die gar nicht freischalten, schalte ich mal das frei, haben wir schon mal voll, haben wir schon noch einen, ne noch gar nichts, Magie haben wir, erst die zwei, so, na gut, mal weiter, hey, Sir Deucebag, up here, I'll handle this, ow, ah, stop it, ow, my ankle, I think it might be broken, maybe I should take a look at, come on, ging das nochmal, oh, ne, Nein, prepare to eat shit Ah. Ah. Dill dem Mache. Ah, Schitte. Ich hab' nicht gesehen. Mongolenbogen. Ich hab' viel vergessen. Ich weiß nicht, was ich alles machen kann. Alles recht, was ich mit dem Bittas machen kann. Dehne dich doch erst. Ah. Etwas. Nein. Ach, Mist. Warte, das ist tot. Nein. Ähm. Man, ich könnte jetzt die TV sehen. Ich hab' so'n Dings-Trank, so'n... So. So. Wenn wir erstmal den einen da, den Zauberer... ...flack machen. Ahahaha. Ha. Nein. Oh, ich bin dran. Freundchen. Weg mit dir! Oh, 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 oh. Heiltrank, Heiltrank. Mongolenbogen. Ah. Fuck. Fuck. Was ist denn bitte grade? Shit. Was ist das? Hey, Sir Douchebag. Up here. Sehr gut. Nein. I'll handle this. Ow. Geht das? Ow. My ankle. I think it might be broken. Maybe I should take a look at it. Geht doch. Your word is the command, my lord. Hey, wie ging das nochmal? Oh. Nein. My ankle. I think it's twisted. You guys go ahead. I'm done for. Happy to heal the thief, but I need your command, my lord. Your word is the command, my lord. Oh, man. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Pff. Whatever. Hehehehehehe. Ach so. I'm just a baby. Thank you, my lord. My wound is healed. Can you get us upstairs? I think they locked us out. Nothing a level 12 thief can take care of. You guys go ahead. Oh, man. I doesn't한데, we should dad do security. I don't know. No. where are you in the zone? Yeah. I can't do this, my lord. No, no, no. They lost Hammer. ovat the installer of the Thack. incidence. They voted for theora. Is that better then, my lord? I could beat him a little bit. I can't die, wizard. Justек out love it. I'm Ark. Nein. Mehr nicht. Acht nur. Was hat der denn? 262. Nur den jetzt. Und... Ballas. Haben wir eine Gerechtigkeit. Geht doch. Dass wer nicht abzieht, finde ich ein bisschen komisch. Hallo, wo ist hier? Okay. Gerade irgendwie komisch hier. Hallo. Ich glaube, das Spiel kackt man gerade ab. Mal gucken hier. Mal. Ah, jetzt geht's wieder. Ich muss den Grund nicht mehr starten. Aber, jetzt geht's wieder. Ja, ist ja gut. Ich muss den Kaltmann heilen, genau. Nein. So, das war das so und dann... Genau, so war das. Oh nein, die haben Prentiss Kinney. Retten wir mal die alte Schnulle. Ich bin nicht tot. Warum denn nicht? Ja, war es da dann nicht. Hallo. Da ist doch was. Zum Schießen. Ja, ja, ja. Ich habe es außer Gefecht schon mal. Genau. So, geht doch. Genau. Ah, doch, warte. Ah, geht doch. Nein, ich brenne. Nein. Äh, das war ein Heiltrank. Stop digging around. We're still doing this, right? Was sieht an dieser Bane aus, ähm, The Dark Knight. Viel zu spät. Nein, nein, nein. Ach, Falsche. Ich bin Falschen getroffen. Mann. Renner hat gar nichts. Eins. Bitte dich. Nein. Aber das ist tot. I'm dead. Toll. Prima, das passt mir gar nicht. Ja, ist ja gut. Du brauchst mich erst mal. So. Hm, Fähigkeiten. B10, Knochenbecher. Ach, Mist. Eins nur, ist doch Quatsch. Wieder aufladen. Das geht doch nicht anders. So, jetzt nochmal. Aber keine Fähigkeit. Geht das überhaupt noch? Stürze ich mit dem Kopf, fahren, fahrrad, fahrrad, rüstung, fahrrad, chill. Ah, nein, ich bin so doof. Guck, wenn ich machen. Ach, scheiße. Fah, ich bin so doof. Fuck, das ist ja. Fuck. 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 Misser. Und den Damen. Ja. Ich glaube nicht mehr, oder? Ach, Mist. wieder auf aber jetzt geht es wieder den Ok Klingeln Rechte das einmal Drücke F K Ja getan Nein Boah. Oh, oh, oh. Der wird einem Leben... Wo muss das Leben her, bitte? Nein, hey, toll. Toll, toll, toll. Herr, leider nicht mehr. Ich bin gearscht. bitte dich nur 1 ich bin gleich tot das sehe ich jetzt schon geht auch nicht das muss ich jetzt mal erleben geht aber auch nicht runter hier ich verstehe egal was ich nicht verstehe irgendwann habe ich irgendwann aber auch nur wir leben 40 40 40 ja ich habe ja nichts anderes 3 8 lokal schaffe ich jetzt 3 17 hoff ich ach miss nur noch neu geht doch woher ist der king er ist da er hat mich nicht gut dass meine medizinergaben sind plus 4 wir werden den wizard ihr seht nach vorne Waldelfenrüstung So Was ist jetzt? Den Baden muss ich da Jimmy muss ich nicht holen glaube ich Ich glaube schon Ja sofort Immer mit der Ruhe Vergiss nicht Ein Handtum mitzubringen Wir müssen zur Prinzessin Warte ein Moment Die Prinzessin Wir müssen da Warte ich nicht So Stürm Oh, okay. Azul! Waaaah! Gerettet! Tch! Chris ist Kini! Wie schlecht haben sie dich verraten? Tch! Ich kann es nicht durch! Die Tür sieht aus, so ich kann es nicht aufhören! Du kannst nicht den Türknopf, Bart! Das ist verurteilt! Ja, ich kann! Ich habe den Stich der Wahrheit, das bedeutet, dass ich das Universum kontrolliere. Und ich sage, den Türknopf ist okay! Ah! Kann er das tun? Er hat den Stich der Wahrheit, und er kann was er will! Verdammt! Es muss noch einen anderen Weg in dieses Zimmer! Hey, lass uns auf! Du kommst nicht hier! Die Tür ist hier mit mir! Und ich bin sicher, die Scheiße kommt nicht da! Wie ich das mache, werde ich in der Folge 10 erleben. Ich bedanke mich für die Zuschauer! Vergiss den Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal! Ciao!